Ähm, wo ist denn der Kraftverteiler? Ach, hier. Ah, cool. So, jetzt müssen wir hier gerade ausbestimmt. Ja, wir müssen die Halle verlassen, genau. Richtig! Hast du gut gemacht! Richtig! Richtig! Sehr schön haben wir das gemacht. Jetzt können wir endlich mit dem Flugschiff weiterfahren. Öffne ihn. Cool. Immer drauf! Zack. Sehr schön. Feuer! Feuert meine Freunde! Shit, ey. Mit den Fähigkeiten kann man immer nicht so weit schießen. Ich bräuchte mal Money. Na los! Ah. Endlich! Sehr schön. Kommt schon! Weiter! Jungchen! Jetzt zeig dir mal, wie das hier der Boss macht. Was ist denn? Ach ne. Ich möchte keine Schrotflinte. Wo sind denn die anderen? Nachladen! Und weiter geht's! Und weiter geht's! Zack! Erstmal schnell was einsammeln. Der Roboter ist cool. Kannst ihn wieder wegmachen. Das schaffe ich jetzt auch alleine. So, okay. Aber Munition wäre nicht schlecht. Ja. Shit, ey. Ich brauch Money. Na gut, dann nehm ich erstmal die Schrotflinte. Anders geht's grad nicht. Hm. Okay, weiter geht's. Oh, schon wieder ne Panzerfaust? Ne. Heute nicht. Jetzt nicht. Wir haben doch den Boss erst erledigt. Den Endboss. Und doch! Seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Hm. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Keine Ahnung. Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden. Genau, so machen wir das. Und jetzt hauen wir erstmal ab. Hasta la vista. Wuhu. Shit. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen hier weg. Immer weiter. Wuhu. Bloß weg hier, meine Freunde. So, okay. Verlassen. So. Aber wo müssen wir jetzt hin? So, meine Freunde. Camtasia. Ja, ist gerade ein bisschen abgeschmiert. Beziehungsweise Freps. Ja, der Speicherplatz ist ein bisschen leer geworden. Nein, nicht leer. Äh, voll meine ich natürlich. Ist voll geworden. Und, ja. Die Speicherplatte war dann voll. Und jetzt müssen wir erstmal diesen Bastard hier besiegen. So. Genau. Ähm. Ja, ich hab nämlich jetzt schon hier zwei, drei Stunden aufgenommen. Und da kann das schnell mal voll werden. So. Egal. Hey. Für die Allianz. Na dann such weiter. Achtung. Dein Tod ist meine Bezahlung. Oh, Kacke. Oh, Mann. Das war jetzt mies. Ah, das ist aber blöd. Stirb, du mies Muschel. Haha. Haha. Der ist selbst explodiert. So ein Trottel. Ja, ich hoffe es doch. Ja, dann mach's doch auch. Wo? War's hier drinnen? Ja, zeig mir mal, wo. Das ist Ausrüstung, oder was? Ich brauch richtig, äh. Richtige Männerausrüstung, Junge. Mädchen, natürlich. Oh, hier gibt's doch nur Schrotflinten. Hm. Was macht man da? Ah, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne gute Idee. Ähm. Hier irgendwo. Upsala. Hier irgendwo. Gab es so einen Automaten. Genau. Und da kaufe ich mir mal schnell was. Genau, hier. Ach ne, schade. Gibt's ja gar nix. Hm. Was machen wir da jetzt? Hm, shit. Hm. Ja, komm. Wir schaffen das auch ohne Money. Ich hab ja noch meine große Wurme mit dabei. Das wird schon was. Werden. Wollen wir's mal hoffen. Wir müssen jetzt, äh, ähm, dort hoch. Glaub ich. Zumindest. Dann. Versuchen wir unser Glück. Yay. Wuhu. Wir fliegen nach oben. Ab nach oben. Feuer frei. Shit. Los runter. Aua. Deckung. Shit. Die haben ne Panzerfaust. Das wird knapp. Ich bin der Terminator. Der Zukunft. Und der Vergangenheit. In einem. Schneck. Shit, ich brauch auch Money. Money. Hab ich grad gesagt. Ne, die Panzerfaust nehm ich nicht. Ne, ne, ne. Das kannst du dir abschminken. Wo sind sie dort unten? Stirb. Du Bastard. Okay, ich glaub das waren die letzten. Ich hoff es doch mal. Ich sollte mehr mit meinen Fähigkeiten um mich schießen. Damit ich weniger Munition verbrauche. Los machen. Na toll. Jetzt ist es zu spät. Hm. Aber da könnten wir gern die Money abgeben. Komm, gib her. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir wieder ganz hoch? Nein, wir müssen weiterfahren. Kommst du, Elisabeth. Ab nach oben. Los. Los, 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 los. Los. Wir brauchen ein Moskito. Danke. Na, was wollen wir hier oben? Hier waren wir doch schon. Hm. Zeig uns mal den Weg, bitte. Wir müssen wieder hier hoch. Also müssen wir doch wieder runter. Hm. Und jetzt? Was, was, was? Zeig's mir nochmal richtig. Ah, wir müssen dort weiterfahren. Woppa. Und nun? Hier geht's nicht weiter. Aber dort können wir weiter. Wow. Was stand da? Kehre zurück zu Souliders Field. Okay. Machen wir. So machen wir das. Können wir das schaffen? Elisabeth ist weg. Ja, wir schaffen das. Elisabeth? Toll. Jetzt haben wir sie verloren. Egal. Schaffen wir auch ohne sie. Ach, da ist sie wieder. Wo ist denn der Roboter? Shit. Kacke, wieso müssen wir immer gegen Roboter kämpfen? Danke. Nimm das, du scheiß Roboter. Gegen den Terminator hast du keine Chance. Oh, ein dreifaches Hurra auf uns. Ja, auf mich. Ja, komm. Auf uns, ja. Ich muss hier wieder die ganze Arbeit machen. Und du hast wieder das Vergnügen. Das war wieder klar. Stör. Ich sag da nur Ha-Ha. Sie sind alle weg. Komm raus. So, sie sind alle weg, ja. Darfst auch mal die Toilette benutzen, genau. Ja, ja. So sieht's aus. Hier auch nochmal schnell gucken. Nee, ist keiner da. Ja. So. So, wie machen wir jetzt weiter? Wie fahren wir jetzt fort? Ach ja, hier waren wir ja schon. Stimmt ja. Hier haben wir uns auch schon alles ergaunert. So, let's push. Okay. Let's push it. Push it. Push it, baby. Ich bin so ganz wie du und was alles machst, diese Risse. Ich hab sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen hab ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich hab selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Hm. Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Hm. Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Na ja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Ja. Es ist ein großer Unterschied, was wir sehen und was das ist. Da hast du schon recht. So, das ganze Geld hab ich jetzt erstmal verpulvert. Und schon hab ich wieder was. Wenn's auch nur ein bisschen ist. Komm, ich kauf mir jetzt erstmal Munition. So kann das hier nicht weitergehen. So, wo ist denn die Muni? Ähm, ah, hier. Naja, 8 Dollar. Ist doch nicht viel. Und weiter geht's. Da, 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 da. Wo müssen wir jetzt lang? Zum Pariser Eiffelturm, würde ich sagen. Zum Billig-Eiffelturm. Und los. Ching! Der da, genau. Schalte die Gondel mit dem Schocke ein. Okay. So, warte mal. Die Gondel war hier drüben, genau. Die war doch irgendwo... Ah, dort drüben. Genau. Ah, ich seh sie doch schon. Jetzt brauchen wir den Schocke. Los, Schocke, mach das. Und... Pikachu! Tchoo!